Musik Jo, lass mal dahin, Mann. Fähig, Monti. Jo, wie geht's euch, Mann? Gut und dir. Alles bestens. Freut mich. Dieses verfickte Handy immer, Mann. Boah, was ist da für eine Party? Aber mir geht's auch gut. Danke der Nachfrage, Mann. Korrekt. Richtig Stimmungskanon hier bei mir an der Party, Alter. Holy shit. Ja, ne? Ja, Mann. Kann der andere auch reden? Die hat doch eben vorher... Ja, auch nicht. Ich bin eine Sie. Wie bitte? Ich bin eine Sie. So, okay. Warum so gesprächig? Ich jetzt oder Sie? Ja, nee, scheiß auf, Ding. Das war auch das letzte Mal, dass ich mit einer Frau geredet habe. Okay. Ist bei dir Party im Hintergrund, das hier? Ja. Wer macht da die dicke Party? Das ist bei mir, es ist keine Pakt für meine Brüder. Wie alt sind deine Brüder? Äh, einer, vier und einer, eins. Ah, okay. Wie machen natürlich viel Party. Na ja, und wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Ich bin 15. Oha, dann haben deine Eltern sich aber ganz schön viel Zeit gelassen. Ah, okay, sehe ich auch so auf den Kuss. Ah, ja. Traum, ich sub bei dir rein jetzt. Besser ist es. Schon ziemlich abgehoben, dass du es nicht vorher gemacht hast, sagst du so, wie es ist. Dein Geld im Moment. Alles verspielt, sagst du das? Ja, schon. Ernsthaft? Nein. Aber, ey, eins muss dir bewusst sein, ne? Was denn? Nein, ich kling's den Sub nicht vor. Aber kein Problem mit. Dann bist du willkommen bei mir. So, bin jetzt Sub. Ah ja. Die ist auch völlig verloren da hinten, Mann. Die macht Party mit ihren Brüdern. Was mache ich? Ah, alles gut, muss gut sein. Ich mache Party mit meinen Brüdern. Ja, ja. Ist irgendjemand bei dir gerade im Hintergrund ein Wüstli? Ja. Dein einjähriger Bruder oder dein vierjähriger? Nein, ich bin vierjähriger. Also zockst du aus der Küche oder was? Nein. So, ja, dann weiß ich, keine Ahnung. Form ihr Gegner. Ja, ich komme. Ja. Headshot. One shot. Ja. Ich bin wirklich one shot. Wie viel Metz habt ihr? Der hat sich ganz nach oben gebaut. Er ist jetzt da. Ich habe keine Munition mehr. Er geht noch im Werk. Nein, ich habe keine Munition mehr. Einmal vom Küchenplatz. Ist er abgehauen? Ich glaube schon. Nein, hier ist er. Hast du? Jo. So, machen wir mal schnell den Rootjob von da vorne. Also, ganz ehrlich, das ist hier die Gesprächsduo-Runden, also die ich jemals gespielt habe. Wirklich. Also, ich habe schon ganz trockenen Mund vom Fien gesammelt. Passiert. Ja. Vorne waren Fights. Ja, ja. Vor uns. Ich sehe keinen. Aber da wurde frisch gebaut auf jeden Fall. Das sind welche drifted. Okay, ja. Ich gehe hier erstmal ins Haus rein. Spider-Man. Dinger da. Ja. Ich brauche mehr Gegner. Spider-Man. Ich habe so gut wie gar kein Leben, Mann. Ich habe noch drei Mac-Tits. Ja, ich lande hier gerade beim Gegner. Ich wünsche auch viel Spaß. Jo, schönen Tag noch. Hallo? 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 Wie geht es euch denn so? Mir geht es gut. Und dir? Ja, auch gut. Woher stellst du deine Stimme denn so? Nee, das ist meine normale Stimme. Ah, okay. Das ist die Stimme. Das ist die Stimme. Und dann weiblich. Das hat sich wirklich... Das ist die Stimme. Oh, halt doch mal die Schnauze. Niemand hat mich mal allein um der Frage. Ja, obacht ihr euch immer meine Stimme lustig, oder was? Nee, ich feier die. Wie alt seid ihr denn, Mann? 13. Ich bin 12. 5.30. Oh, ha. Ich bin der Stimme, Mann. Du bist nicht 11. Ich feier die. Aber das ist der echte Montana Black. Oder das ist Stimme Verzehrer. Hey, Jo, was für Stimme Verzehrer, Mann. Okay, okay. Kann man doch irgendwie raushalten, oder? Was, der Stimme Verzehrer, Mann? Das hält man voll... Das hält sich wie ein Monster. Wie was? Wie ein Monster. Wie er seine... Kannst du mal die Schnauze halten, mal mit der Scheiße? Nee, nur so. Jo, Mann, man könnte meinen, dass du den ficken willst. Die erste Verkenntnis. Das war ein Fehlschlag. Aber wie heißt es so schön? Hey, Jo, habt ihr ein bisschen Blue Life für mich, Mann? Ja, Mann. Ich kann eins. Ich kann dir fischen, den du drei. Ich kann dir Biggie geben. Ich mag keine Fische. Hier ist ein Gegner. Ich lasse das. Ja, Mann, du bist voll gut, Mann. Hinter dir, hinter dir, da ist noch einer. Oh, mein Gott, du hast dich holen, Mann. Besser, Mann. Okay. Hey, Jo, wo ist denn der Blue Biggie, Mann? Hier. Alles klar. Au. Schwenke dich, schwenke dich, schwenke dich, schwenke dich. Was? Na? Hier kommt noch ein Wasser, das ist. Achso, das ist du. Da hat mir gerade eine Freundschaftsfrage gesendet. Hallo, Mann. Kannst du mir auch eine Freundschaftsanfrage schicken, Mann? Gerne. Ich habe keine Freunde, Mann. Du akzeptierst, hier ist keine Freunde. Wie, ich, ich, äh, ich, äh? Ich akzeptiere keine Freunde, Mann? Ja, hier in Fortnite, da steht das in den Einstellungen. Hey, Jo, Mann, deswegen schickt mir nicht jemand eine Anfrage, Mann. Das hat nüchtig viel Monster an. Hey, Jo, Mann, was ist denn, Mann? Wenn ich auf dich blicke, da steht spontaner Black. Wirklich? Warte mal. Ja. Jo, jo, Alter. Ist einer, ist ein Kanal von Montana Black, einer, von seinen Kanälen. Ist der vielleicht live? Soll ich mal gucken? Guck. Jo, was für lange, Mann. Also, da ist Twitch. Der ist halt wirklich live. Warte mal. Ne? Oh, lol. Ist er das? Ja, ich schwöre. Warte mal. Jo, komm mal her, Mann. Oh, ja, geil. Der hat auch wieder vorne angefangen, wie in der neuen Karte auch. Alter, ich klicke auf Anfragen ohne Ende. Jo, ihr seid voll fail, Mann. Das will ich jetzt nicht sagen. Jo, wo kommt ihr denn her, Mann? Na, wo kommt ihr denn her, Mann? Na, wo kommt ihr denn her, Mann? Na, wo kommt ihr denn her, Mann? Ich auch. Könnt ihr das reichen, Mann? Ja. Finde ich voll scheiße, Mann. Na, Jo, hier liegt noch ein Bigness. Oh, mein Gott. Es ist ein Montana Black. Jo, ich schrei mal nix. Hey, Jo, Mann. Kannst du mal die Fresse halten, Mann? Hey, Jo, Mann. Wir müssen in die Zone Arena. Hey, ist da oben nicht Rift to go, Mann? Ich glaube schon. Ja, Mann. Kommt ihr. Hey, ist... Hey, Jo, Mann. Hier ist kein Rift to go. Hey, Jo, warum redet niemand mit mir, Mann? Der Sau, uns mal ein Boot einschreiten lassen, Mann. Na, fahr mit. Hey, Jo, Mann. Warum fahrt ihr einfach weg, Mann? Hey, äh. Hier, hier, Mann. Da, ich bin wieder da. Ah. Merch auf. Jo, ist deine Mama ins Zimmer gekommen, Mann? Nein. Nein. Oh, oh, nee. Jo, hier sind zwei Fässer, Mann. Ich habe einen Jungen... Ah, Entschuldigung. Ah, okay. Ah, da. Ich... Hier sind Gegner. Jo, wo sind die Gegner, Mann? Oha. Da. Jo, mach die Ferry. Hey, Jo, hier unten ist noch ein Gegner, Mann. Bei mir, Mann. Bin völlig überfordert, hier unten. Ich komm. Ja, da, Mann. Du hast kaputt schießen. Wo die, Mann? Jo, Mann. Jo. Ich hol's ab von der Ferry. Jo, er hat den Gehls, Mann. Jo, rein da. Alle draußen. Oha. Ich werde oben vom Haus angeschossen, Mann. Jo, oben vom Haus. Oben da, von da, Mann. Ja, Mann. Ich seh, ich seh. Ich habe keine Schuhe. Herr, wo ist der Gegner von Garten? Ja, hier ist ein Trampo. Lass uns doch nehmen in die Zone. In die Zone oder pushen, Mann. Ja, ich gehe lieber mal so, weil ich habe nicht so viel Leben. Ja, okay, Mann. Jo, oben vom Berg, Mann. Da oben, da oben, da oben, da oben, da. Ja, ich seh. Ich habe keine Schuhe, wenn ich nicht. Ich kann nicht auf den Weitkampf gehen. Ja, Mann. Das abhauen, hier, weg hier. Ja, das abhauen, Mann. Oh mein Gott, Mann. Ich wurde übelst One-Shot geschossen von so einem Mixer. Ich habe auch das zu mir, ich habe keine Mets. Komm, das abhauen, Mann. Oh mein Gott, Mann. Oh. Jo, ich trage dich. Oh. Ihr seid ja voll scheiße, Mann. Oh mein Gott, Mann. Oh mein Gott, Mann. Jo, ich ziehe durch. Oh mein Gott, Mann. Schade. Ja, Mann. Schade. Ciao. Wiederschauen und reingehauen, Mann. Ach, Digga. Also, es gibt immer diesen einen Titten, Digga, der einen snitcht, Alter. Ich bin so normal, Mann. Komm mal auf seinen Stream, Mann. Digga, halt doch einfach die Schnauze. Ja. Ja. Ich bin so normal, Mann.